Heute zeige ich euch eine Upcycling Idee mit einem alten Kerzenglas. Ich habe mir rundherum mit einem Maler-Grepp eine Linie abgebickt und mit der Spachtel unsere Betonpaste draufgespachtelt. Die Betonpaste ist eine grobkörnige Paste, die so gut wie auf allen Oberflächen zum Verwenden ist. Ich habe das dann trocknen lassen und dann die dazugehörigen Lasuren in Schwarz und Weiß mit einem Tupfschwämmchen aufgetupft. Das könnt ihr so machen, wie ihr das gerne hättet, wie euch das gefällt, dass ihr halt diese Betonoptik bekommt. Danach habe ich dann das Schleifpapier, was ihr in dem Set auch dabei habt, verwendet, um diese Spitzen ein bisschen abzuschleifen, damit es nicht ganz so spitz ist. Dann habe ich unser neues Moos-Dekor verwendet und zuerst das Dunkelgrüne aufgespachtelt und noch in die nasse Masse das Hellgrün vermischt, damit man so diesen moosigen Effekt bekommt. Das Moos-Dekor ist eine fasrige Paste und lässt sich wunderbar aufspachteln. Dank für's Zusch個人! . Untertitelung des ZDF, 2020